Grüezi. Ich glaube, es ist klar, Sie haben Talente und Fähigkeiten, die Sie wirklich gut sind, die Sie zu dem hergebracht haben, den Erfolg zu erreichen, den Sie bisher haben, oder? Und wenn wir ehrlich sind, könnte es auf der anderen Seite dann auch sein, dass Sie die einen oder andere Verhaltensweisen, Umstände haben, die Sie immer und immer wieder ausbremsen? Ich mache seit vielen Jahren Menschen trainieren, die sagen, ich möchte meine Stärken noch verstärken und vor allem meine Bremsen, die mich immer und immer wieder ausbremst haben, endlich auflösen. Und melden sich einmal aus, wie wäre es das Gefühl, wenn Sie merken, ich kann mehr Lebensqualität tatsächlich erreichen, mehr Zeit für mich gewinnen und für die Familie und Hobbys endlich wieder machen können, die bisher einfach immer kurz gingen. Und trotzdem können wir meinen Umsatz steigern und den Gewinn noch erhöhen. Als ich ein tolles Image bei meinen Kunden bekomme, als ich engagierte Mitarbeiter habe, dass ich selber auch in den Tagen, die man nicht so rund läuft, trotzdem motiviert bleiben kann, mehr Energie gewinne und vor allem Sachen endlich umsetze, die bisher immer und immer wieder stehen geblieben sind. Meine Kunden sind um die 40 Jahre selbstständige Handwerker, verheurten vielleicht sogar Kinder und sich sagen, ach, wenn es mir ein bisschen leichter geht, wäre das auch noch schön. Wenn es mir ein bisschen einfacher fällt, das wäre doch grossartig. Also so einen berühmten, privaten, unberuflichen Aspekt endlich unter einen Hut zu kriegen. Serial Agast mit dem Spielregel-Seminar. Damit bleibt der Mensch im Lot oder kommt endlich ins Lot.